Hallo Freunde, mein Name ist Stefan mit PH und willkommen zu meiner Einführung in die Philosophie und ihre Geschichte. Thema heute Christine de Pisan und ihr Werk Le Livre de la Cité des Dames, eine Stadt für Frauen. Natürlich gab es bereits vor Christine de Pisan Denkerinnen, die Einfluss auf die Geistgeschichte hatten und zu einem gewissen Grad auch feministisch bzw. emanzipatorisch gedacht haben, auch schon im Mittelalter und der Antike. Dazu wird es übrigens auch bald ein Video geben. Aber mit einer Stadt für Frauen entstand 1405 erstmals ein Werk noch vor Thomas More's Utopia, das in Form einer Art Utopie eine Welt vorstellt, in der die Frau von vielen Bevormundungen befreit ist und einen eigenen Raum zugestanden bekommt, in dem sie politischen und gesellschaftlichen Einfluss ausüben kann. Zudem formuliert Christine de Pisan Gedanken, die in ihren Grundzügen strukturelle Ungerechtigkeiten ansprechen und gegen die Vorstellungen einer irgendwie gearteten, natürlichen Differenz in der Intelligenz zwischen Mann und Frau gerichtet sind, womit sie auch heute noch eine gewisse Relevanz haben. Oh, und sie gilt auch als erste Autorin der französischen Literatur, die von ihrer Arbeit leben konnte. Wäre es üblich, die kleinen Mädchen an die Schule zu schicken und ließe man sie die Wissenschaften erlernen, wie man es bei den Söhnen zu tun pflegt, dann würden sie genauso gut lernen und die Feinheiten aller Künste und Wissenschaften verstehen wie jene. Das Buch entstand als Antwort auf, oh Gott, Lamentationes Matteo Louis von Matthäus von Boulogne, einem explizit frauenfeindlichen Buch, das im Mittelalter im Jahr 1290 entstand. Durch seine Übersetzung ins Französische in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts fand das Buch ein großes Publikum und gelangte so auch in die Hände von Christine de Pisan. Aber so unbedeutend dieses Buch im Grunde auch war, es lenkte meine Gedanken doch in eine neue Richtung. In meinem Inneren war ich verstört und fragte mich, welcher Grund die Ursache dafür sein könnte, dass so viele und so verschiedene Männer, ganz gleich welchen Bildungsgrades, dazu neigten und immer noch neigen, in ihren Reden, Traktaten und Schriften derartig viele teuflische Scheußlichkeiten über Frauen und deren Lebensumstände zu verbreiten. Besonders interessant ist, dass das Buch aus der Ich-Perspektive geschrieben ist und damit beginnt, wie die Autorin von drei weisen Frauen die Tugend, Vernunft und Rechtschaffenheit repräsentieren, den Auftrag erhält, eben die besagte Stadt für Frauen zu errichten. Allerdings nur literarisch. Nimm die Spitzhacke deines Verstandes, grabe tief und hebe überall dort einen tiefen Graben aus, wo es mein Lot dir anzeigt. Ich werde dir mit eigenen Schultern helfen, die Erde fortzuschaffen. Christine schreibt in dem Buch also sozusagen darüber, wie sie den Auftrag erhält, das Buch zu schreiben, von ihrem Verstand, ihrer Tugend, ihrer Rechtschaffenheit. Damit trifft die Autorin vielleicht auch schon eine ihrer wichtigsten Aussagen. Unabhängig vom Geschlecht, und man kann diese Vorstellung natürlich auch auf andere Voraussetzungen übertragen, sind es diese Eigenschaften, durch die wir uns befreien und Neues erbauen können. Sie sind hier der absolute Grundpfeiler für die Entwicklung von Mensch und Gesellschaft. Interessant ist außerdem, dass die Autorin den Aufbau der fiktiven Stadt mit ihren Thesen über Frauen verbindet. Der Unterbau, das Fundament, ist, dass Frauen Männern im Verstand ebenbürtig sind, dass sie in Wissenschaft und Handwerk dieselben Leistungen bringen können. Die Gebäude, Türme und Einrichtungen der Stadt repräsentieren die Sittlichkeit und Tugenden der Frauen, in denen sie den Männern genauso in nichts nachstehen. Als letztes steht der Einzug der Heiligen in die Stadt, angeführt durch die Jungfrau Maria, für die Liebe und Opferbereitschaft der Frauen gegenüber Gott und eben diesen Heiligen. Die Struktur des Werkes erinnert dabei ein wenig an einen sokratischen Dialog. Die Autorin stellt Fragen zur Thematik an die drei weisen Damen vom Anfang und diese beantworten sie in Form von Geschichten und Anekdoten. Die Frage wird hier sozusagen zum mächtigsten Werkzeug des Verstandes und führt zur Erkenntnis. Christine de Pisan endet mit einer direkten Botschaft an die Frauen ihrer Zeit. Meine edlen, hochverehrten Frauen, gepriesen sei Gott, der nunmehr ist die Errichtung unserer Stadt vollendet und abgeschlossen. Ihr Frauen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die ihr Tugend, Ehre und Unbeschaltenheit liebt, findet hier eine Bleibe. Denn unsere Stadt wurde für alle ehrsamen Frauen gegründet und errichtet. Auch was das kreative Arbeiten und die Entwicklung von Werten und Ideen für unsere Zukunft angeht, können wir etwas von Christine de Pisan lernen. Sie beschäftigt sich mit vorbildlichen Menschen der Vergangenheit, in diesem Fall natürlich vor allem mit Frauen, und studiert deren Denken und Leben. Aber sie bleibt hier nicht stehen, sondern verbindet diese Studien mit ihrem eigenen Ich, ihrer Weiblichkeit und Identität und schafft daraus Neues. Natürlich hat Christine de Pisan statt für Frauen wenig mit modernen Schriften zu Feminismus und Genderforschung gemein. Aus heutiger Perspektive wirkt vor allem die Unterwerfung gegenüber Glaube und Religion, die immer wieder hervorgehoben wird, irritierend in einem Werk, das eigentlich ein Befreiungsschlag sein sollte. Außerdem werden gesellschaftliche Hierarchien zwischen Mann und Frau nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Was dennoch bleibt, ist eine Arbeit, die vor allem auf dem Gedanken der Selbstermächtigung fußt. Statt einfach zu schreiben, wie es sein sollte, vermittelt die Autorin Gedanken dazu, wie Menschen sich selbst aus Verhältnissen befreien bzw. diese verändern können, mithilfe von Verstand und Kreativität, Tugend und Rechtschaffenheit. Mit solchen Vorstellungen war Christine de Pisan in ihrer Zeit, die noch stark von der eher steifen mittelalterlichen Scholastik geprägt war um viele Jahre voraus. An dieser Stelle noch vielen Dank an meine Unterstützer auf Steady. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung und am Ende des Videos, falls auch ihr dem Kanal helfen wollt. Beenden wollen wir das Video mit einer Frage, denn wenn uns etwas zur Selbstermächtigung führt, dann ist es wohl die Frage. Wie steht ihr zu der Idee, gesellschaftlichen Wandel durch Kunst anzutreiben? Kann man zum Beispiel mit einem Buch so weit in die Vorstellungswelt der Menschen einbringen, dass sich wirklich etwas ändert? Hinterlasst mir eure Gedanken dazu in den Kommentaren und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020